Hallo Leute, ja der Zug fährt jetzt hier wieder voll zurück. Ich weiß gar nicht warum der vorher mit drei Waggons voll hier runter gefahren ist. Hatte ich den irgendwie umgeleitet oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Macht irgendwie keinen Sinn. Aber naja, ist halt so. Und dann war hier noch eine Straße. Hab ich die gebaut? Ich glaube nicht. Die hat irgendwer anders dahin gebaut. Die Stadterweiterung wahrscheinlich. Naja, wollen wir mal gucken im Intro, wie wir hier weitermachen. Wir sprachen letztes Mal davon bei den 5,5 Millionen, dass wir uns um den Zug kümmern. Jetzt sind es nur noch 4,9. Naja, wir sehen es gleich. Ja, der zweite Zug kommt jetzt hier rein. Haben wir also auch nicht gesehen, wie sich das geändert hat. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Hier sind jetzt 27 Passagiere. Wie sieht es mit Ware aus? 116.000, der fährt voll hoch. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wie es ist, wenn der da oben ankommt. Und was unser Stahlwerk hier produziert, können wir ja nochmal gucken. Da war ja auch ordentlich eigentlich was los. 40,40. Und das Ganze ist bei 87.000. Und es ist wieder kein Eisenerz da. Also rein theoretisch würde das bedeuten, wir müssen hier wieder gucken, dass wir definitiv noch Eisenerz hierher kriegen. Also die PKWs bzw. die LKWs hier, die schaffen es genug hier ran zu schaffen, aber leider schaffen unsere Züge das nicht. Wir hatten hier irgendwo noch so eine Geschichte, wo ein Zug hier gewendet ist, der da fast reingeknallt ist. Weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Ne, hier war das auch nicht. Worum fährt der rote Pfeil nicht? Achso, der entlädt gerade oder lädt gerade. Okay, alles klar, jetzt fährt er auch wieder. Naja, das ist jetzt auch nicht so wild. Ja, wie sieht es mit Passagieren hier aus? Ja, da stehen 116, ne? Wie bestehen hier hinten, das ist die Frage dann? Da fährt er ja auch hin. Sind auch schon drei Manneken. Oh Gott, das ist Linie 29. Jetzt kommt da wieder ein roter Pfeil. Der ist auch vollgeladen. Jetzt wird er hier welche entladen und dann werden noch welche mitgenommen, ne? 263. Jetzt müssen es gleich 242 sein, oder? Nö, jetzt ist er weggefahren. Aber der hat geladen. Achso, die sind von hier hinten gekommen, glaube ich. Und ja, die fahren dann hier durch, ne? Weil die von hier aus wahrscheinlich nach da vorne wollen, ne? Wahrscheinlich wollen die nicht nach Dingens, sag schon, nach, weiß ich wie das jetzt hieß, Hallendorf, sondern die wollen nach, ne? Ihr wisst schon. Herr Linken. So, das bedeutet, wir müssen hier definitiv was dran ändern. Wir müssen ein Fahrzeug kaufen. Also ich würde jetzt definitiv einen roten Pfeil noch kaufen wollen. Allerdings mit Passagieren sind ja 20 drin, ne? Eigentlich müssten wir jetzt einen Güterzug machen, der größer ist und, ja. 100 kmh kostet uns aber 3,7. Okay, die können wir uns leisten. So ist es nicht. Krokodil fährt 75, ist jetzt nicht so schnell. Hier 125, aber kostet uns 6 Millionen. Obwohl, würde tatsächlich jetzt gerade auch gehen, ne? Und da jetzt noch eine Blechbüchse hinter. Ich glaube, die heißen doch Blechbüchse, ne? Einer weiß das bestimmt. Oder ich glaube, die waren dann Silber, ne? Oder? So, wie viel gehen da rein? Auch 20. Jetzt 7,6 Millionen kostet uns das. Dann kostet es das, das. Also wir brauchen 10,5 Millionen, um diesen Zug mit drei Waggons zu nutzen. Und das wäre der Punkt, den ich sagen würde, 60er Kapazität. Damit fährst du da hin und her erstmal. Und dann würde ich tatsächlich auch von ganz unten bis ganz oben durchfahren wollen, ne? Oh, was hier? Eine Diesellok, ne? Wie schnell fährt die denn auch? 120 kostet 5,4 Millionen und die kostete? Warte mal, das habe ich jetzt, äh... Oder die? Oh, die ist sogar teurer. Dann würde ich die Diesellok ja favorisieren wollen, ne? 1450. Okay, der hat ein paar PS mehr, aber das wäre jetzt beim Dingenszug wohl egal. Hinzufügen. Okay, dann kostet es nicht über 10 Millionen, dann kostet es nur 9,8. Elektrifizieren braucht man da nicht für, ne? Bei der Dampflok natürlich auch nicht, ne? Ja, das wäre jetzt die Frage. Wir haben 7,3. Wie lange würde es dauern, bis wir die 9,8 voll haben, ne? Gute Frage, oder? Okay, das wäre Fahrzeug in der Rechtsverschiebung und so, aber... 7,7. Das ist die Frage. Also, ich würde jetzt gerne warten, bis hier die 9,8 Millionen da sind. Das muss nur irgendwo so ein ordentlicher Zug entladen, dann geht das, oder? 7,5, ne? 7,6. 7,7. Tja. Jetzt sind es noch 2 Millionen, dann würde das klappen, ne? Aber so lange wollen wir ja gar nicht warten, oder? Jetzt ist es auch wieder abgefallen. Ich glaube, das verschieben wir nochmal ein bisschen. Ja, was können wir optimieren, das ist die Frage, ne? Ist das schon ein neuer Wagen, oder? Ja, der sieht schon relativ flott aus, ne? Schnell fährt er denn hier? Okay, die Straßen sind natürlich dann auch langsam, ne? Hier müsste man dann auch noch ausbauen, damit es schneller geht. Wie schnell kann er? Wo ist denn die Geschwindigkeit? Da war sie. 50 km Höchstgeschwindigkeit, okay. Dann müsstest du hier die Straße noch ausbauen, dann. Ne, das war falsch. Hier wollten wir hin. Das sind Landstraßen. 60 km, 80 km. Ich würde ja dann die 80 km Straße bauen wollen, ne? Und die würden ja dann auf Upgrade laufen, ne? Ich weiß nicht, wie schnell das erste Stück ist, aber das würde ich jetzt nicht upgraden wollen. Einfach aus dem Grund, weil es ja... Kostet uns auch alles ein bisschen, ne? Oh, da kommt eine 90 kmh-Log. Ja, aber wir müssen es so oder so irgendwann machen, ne? Bau nicht möglich, okay. Und das hier ist schon. Gut, dann fahren sie da schon 80 kmh. Wir haben jetzt 8,6 Millionen, obwohl wir die Straßen ausgebaut haben. Sehr gut. Das ist aber nicht einer von uns, ne? So, der 50er Bus fährt jetzt hier, ne? In der Kurve hat er natürlich jetzt... Ja, jetzt hat er wieder 50, weil er gerade bergab geht. Aber es funktioniert erstmal, das ist das Wichtigste. Und hier ist ein LKW und der fährt nur 30 kmh. Weil das jetzt hier eine Stadtstraße ist, oder fährt er wirklich nur 30 kmh? Also natürlich jetzt auch nicht, ne? Boah, da warten 63 Passagiere. Das ist schlecht. Da warten 74 Passagiere. Das ist schlecht. Wo ist der Bus? Muss den Bus klonen. Die sind alle nur noch mittelmäßig, okay. Ersetzen. Für 752 ersetzen. Die fahren dann 70, der fährt nur 50. Der ist also eine ganze Ecke schneller. Hier sind 10, da sind 14. Macht's, ne? Auf jeden Fall ersetzen. Zack. Und fahren da auch mehr. Tja, tendenziell neige ich sogar dazu, noch einen dazu zu kaufen. Hier ist jetzt noch so ein LKW, der alles aufhalten wird. Fährt er wirklich nur 30 kmh? Hier auch, oder ist es die Straße in der Orts? Ja, es ist die Straße in der Orts. Außer Orts fährt er 40. Der transportiert Brot wohl. Ist auch sehr schlecht. Könnten wir auch austauschen. Der macht alle Güter bei 60 kmh. Gibt's auch 70, ne? Wahrscheinlich 60 kmh, so oder so, Sabbat, ne? Auch 60. Und wird nochmal so viel kosten. Und der fährt so oder so nur 40. Und 60 ist schon eine ganze Ecke mehr. Ich denke, wir machen das. Komm, auch nochmal raushauen. Jetzt fährt er nur 33. Keine Ahnung warum. Ich hab jetzt aber nicht den Falschen erwischt, ne? Oder? Jetzt fährt er schneller. Aber wer ich hoch, kann er wohl nicht schneller. Ja, sieht so aus, als ob er hier ganz flott unterwegs ist. Die 60 schafft er jetzt hier berg runter. Einmal auch nur kurz in der Kurve ist er noch ein bisschen langsamer. Jetzt wird er. Okay, dann sind wir da auf der Strecke auf jeden Fall auch safe. Und wir haben 8,6 Millionen. Wir haben hier ziemlich viel Eisen liegen. 43 für Linie 6. Wer ist Linie 6? Ist ein Zug, okay. Wie sieht's denn hier jetzt aus mit Produktionsmäßig? Jetzt ist wieder 30 angekommen. Also da fehlt's definitiv auch noch dran, ne? Und die roten Pfeile sind jetzt auch langsam outdated, oder wie sehe ich das? Ja, da war jetzt noch ein Zug mehr gekommen. Und das war der, der fuhr aber nur 90, ne? Ja, und der fährt 120. Dieser hier fährt 100. Ja, der ist aber günstiger. Ja, finanziell 100. Ja, finanziell brauchen wir nicht reden, ne? Da ist definitiv die Diesellok hier das Bessere. Und dann die Donnerbüchse, wenn sie so heißt. 117, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Kostet uns 9,8 Millionen. Wir sind gleich dran, ne? Und wir hatten eben schon andere Sachen ausgegeben. Also es läuft insgesamt wohl rund, ne? So, da ist die Kohle und wir starten das sofort durch, damit das klappt. Und der kommt auf Linie 29 dann. Und dann wollen wir hoffen, dass der da auch schön alle fährt. So, 60 Passagiere. Der ersetzt jetzt dann drei Dingens. Ich glaube, ja, ne? Der ersetzt drei Silber, nicht Silberpfeile, rote Pfeile. 20 bei 120, ja, so ist es. Ist dann zu überlegen, wie viel das bringt. So, fahren wir mit. Ah, der Lok sieht so ein bisschen amerikanisch aus. Ja, mal gucken, wo er hinfährt, ne? Ja, Hallandorf steht hier. Und der wird voll sein, gehe ich von aus, oder? Schauen wir uns gerade noch an, ne? Da fährt er jetzt langsamer, weil er wahrscheinlich schon in den Bahnhof reinfährt, ne? So, jetzt zwei Passagiere, weil er jetzt nach Nimeck fährt, oder wie der Ort da auch immer heißt, ne? Ja, da wartet jetzt ein Silberpfeil, nein, ein roter Pfeil, kein Silberpfeil, das ist ein Auto, ne? Der rote Pfeil ist ein Zug. Ja, gut, machen wir mal gerade schneller noch, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie er aus Neuendorf bei Nimeck da weiterkommt. Neuendorf heißt der Ort. Da wird er jetzt nichts gewinnen, ne, mit der Geschichte gerade. So, da ist er. Und kommt jetzt an. So, da will ich hoffen, dass er voll lädt, ne? Weiß nie, wie will da stehen, da bin ich nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall kommen elf Stück dazu, wow. War jetzt nicht so prickel, ne? Komm, dann machen wir schnell. 160, äh, 160, 60, jetzt 70. Hier am Berg wird er langsamer. Kommt jetzt auch gerade ein Silberpfeil. Fährt jetzt fast eine Million gleich miese ein. Nicht so ganz so doll, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich einen von den Silberpfeilen auf jeden Fall schon runternehmen, meines Erachtens, weil es das nicht mehr bringt, oder? Und jetzt wartet er doch noch. Ja, weil der da rauskommt, okay. So, jetzt bin ich gespannt. 1,1 Millionen Miese. 20.000 plus gemacht nur. Jetzt ist er mal voll. Das ist nur die Frage, wie viel das da hinten bringt. Das müsste mal 6 rechnen, ne? Das ist jetzt 120.000 dann. Ob es das alles so bringt, weiß ich nicht. Wie viele stehen da, die da mitfahren wollen, ist die nächste Frage. Nach, nach Hallendorf. Oder Hallenberg? Ne, Hallendorf, glaub. So, er kommt da an. Und die 60.000 kommen raus. Okay, das hat jetzt doch ein bisschen Geld gebracht. Und er fährt mit 60.000 wieder rüber. Bin ich gespannt, wie es finanziell jetzt gleich aussieht. Was danach passiert, ist jetzt so eher, hm, kein tolles Geschäft. Vielleicht lasse ich den hier hin und her fahren und trenne die Dingens. Und die Silberpfeile fahren da hinten weiter. Könnte ich machen, ne? Und die Silberpfeile können auch den Berg da hinten vielleicht hochfahren. Warum hält er jetzt an? Wer kommt da? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, der kreuzte hier. Deswegen wahrscheinlich. Okay. So, jetzt hat er 800.000 Miese. Jetzt wartet er schon wieder auf den Zug. Hier so ein Flugzeug. Das ist ja auch noch interessant, ne? Hier sind vielleicht auch zu viele drauf, ne? Oder? So, 382.000. Okay. Diesmal stehen da 39.000. Es sind ein paar mehr geworden. Okay. Ja, da kriege ich jetzt den nochmal zu sehen. Habe ich den? Ne, ne? Jetzt habe ich Hallandorf. Schade. 13 sitzen jetzt hier noch drin. Und wie viel hat der R? Jetzt kriege ich den nicht angeklickt. 39 waren das. Okay. Geht eigentlich noch. Hier stehen jetzt 23. Okay. Das sind nicht ganz so viele. Aber hier steht jetzt eine blaue Zahl und keine rote. Das ist ja schon mal was, oder? Und 23 sind zugestiegen. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich, dass hier keiner steht, ne? So, jetzt müssen wir diesen Zug entladen lassen. Und wenn er dann leer ist, was gerade tatsächlich so ist, fährt der mal ins Depot. Ich will das mal ins Depot schicken. Passt. Oder wir könnten den ja auch gleich schon auf einer anderen Linie stecken, wenn ich wüsste, welches ist, ne? Also er fährt jetzt erstmal ins Depot. Gut, da kommen wir erstmal nicht weiter. Jetzt muss ich den Zug finden, der hier hinten hoch und runter fährt. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Der da hinten ist es. Ne, der ist es nicht. Da ist er. Der hat 32. Naja. Wir stehen jetzt hier. Vierer. Und das ist Linie 4. War er jetzt hier auf Linie 4? Weiß ich nicht. Oh, jetzt. Ja, er ist Linie 4. Die Frage, wie will da oben noch stehen? Hier stehen 27 auf Linie 4. Komm du mal schnell her. Fahrzeug. Verwalten. Fahrzeug auf Linie 4. Gucken wir mal, was der daraus zaubert, oder? Okay. Lädt der da auch ein? Ja, lädt der auch ein. Das ist sehr gut. Dann sind beide Bahnsteige benutzt worden, oder? So, der hat 20. Wir bestehen jetzt noch hier 7. Das ist für den anderen. Ah, hat gut geklappt, oder? So ein Shit aber auch. Warum fährt der da jetzt nicht einfach vorbei? Aber er fährt nicht vorbei, ne? Wieso fährt der jetzt nicht raus? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt doof. Dann muss der erst doch wegfahren. Ah, jetzt ist das bestimmt irgendwie schiefgelaufen, ne? Jetzt ist das richtig schiefgelaufen, schätze ich mal. Ach Gott, ich scrolle gerade auf der Karte und nicht auf der. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dem jetzt gerade erst mal zu sagen, fahr ins Depot. Jetzt fahr wieder auf Linie 4, oder? Jetzt kommt da noch ein Silberpfeil. Ich müsste den hier haben, ne? Ich hoffe, jetzt klappt's. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Warum fährt der jetzt nicht weiter? Warum fährt der jetzt nicht weiter? Was ist hier das Problem? Da ist jetzt schon wieder der angekommen. Läuft, oder? Das muss doch jetzt mal hier gehen, oder? Wo ist hier der Fehler? Okay, ich glaube, wir haben hier ein größeres Problem und werden jetzt sehen, dass wir das dann in der nächsten Folge managen, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, warum er jetzt hier so rumzickt. Ich weiß es noch nicht. Das ist hier eine Kreuzweiche, ne, oder? Ja, ist es. Der kann also darüber fahren. Ich weiß aber nicht, warum er das nicht tut. Naja, werden wir in der nächsten Folge machen. Ich sage mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal wieder mit dabei sind. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.